Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einem Kickstarter Unboxing von Wonderlands War Deluxe Edition. Ja, ein Spiel von Skybound Tabletop und Root City, die haben ja auch Tidal Blades gemacht, deswegen erwarten wir hier natürlich jede Menge cooles Material. Hier ist die Version mit den Plastik Chips Deluxe. Das machen wir mal auf die Seite und das hier ist quasi die Aufbewahrungsbox für die Tokens. Ich mach das mal hier so auf. Okay, was ihr nicht sehen könnt, wobei das kann ich hier mal so ein bisschen zeigen, wo das alles hingehört. Und hier hinten kann man drauf schauen. Sehr cool, ne? Ja, das würde ich euch denke ich mal am Schluss zeigen, wie das Ganze dann eingepackt aussieht. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal an. Wonderlands War. Ja, wer hätte gedacht, es geht um Alice. Ich drehe das Ganze jetzt mal um in der Hoffnung, dass der jetzt nicht... Ne, das ist ja auch hier geliefert worden mit, ähm, Dingsbums. Ja, ähm, hier sieht man das. Draft your allies, build your back, fight for Wonderland. Ja, backbuilding so ein bisschen. Draft your allies mit Card Drafting. Zwei bis fünf Spieler, 25 Minuten pro Spieler. 13 Jahre. Seht ihr, jetzt drehe ich es sogar komplett einmal rum. Da haben wir den Hutmacher gesehen. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier drin sehen. Äh, okay. Das ist natürlich eine, eine lange Box. Das heißt, gruselig wie die, äh, äh, Cheshire Cat heißt ja auf Englisch. Das kann ich wie die auf, äh, Grinsekatze, glaub ich, auf Deutsch, ne? Ähm, was da so alles drin ist. Make sure you're up to date with additional resources. Okay? Rulebook. Ja, das ist natürlich immer schön, ne? Äh, ähm, ähm, latest Rulebook Release Bonus Downloads. Wenn irgendwelche Fehler drin sind, reift ja beim Kunden bekanntlich. Ja, hier sehen wir noch weitere Werbung. Das ist egal. Wir schauen mal kurz das, äh, ins Rulebook rein. Es ist auf jeden Fall ein sehr breites und farbenfrohes, ähm, rulebook. Hier sehen wir das so ein bisschen. Zwei bis fünf Spieler. Ich finde das Artwork ist ja wieder richtig cool. Auch von den Farben und so. Mal schauen, ob das Spiel auch funktioniert. Vielleicht ist es ja ein bisschen ähnlich wie die Quacksalber. Ne, das glaub ich vielleicht nicht, aber Backbuilding ist jetzt nicht so häufig zu sehen. Zumindest nicht in diesem Style. So, Step of Battle Outcome. Ja, Final Scoring. Dann haben wir hier ein Battle Example. Das ist sehr schön. Das müssen wir hier quer machen. Das müssen wir jetzt nicht alles hier anschauen. Exemplars. Ja, wunderbar. Und hier Glossary. Das Glossar. Und FAQ Ability Clarifications. Ach, oh Jesus Gott. Hier haben wir ein Waging War und Iconography und Keywords. Sehr schön. So ein Ablaufdiagramm hat was. So, oh ja. Hier sehen wir wunderschöne Bags. Oh, das sieht aber... Das ist kein... Aha, Sekunde. Das ist gutes... Also das ist kein Stoffmaterial, sondern das ist so ein bisschen... Wie hört ihr das? So ein bisschen festeres... Wahrscheinlich habt ihr es nicht gehört. Festeres Material und was ich cool finde, große Hände. Ja. Und wenn man da reinguckt, das hat doch hier so ein... Ist auch so ein bisschen rund, würde ich sagen. Ja. Das ist natürlich eine coole Idee und macht das Ganze ein bisschen... Wertiger, sag ich mal. Da haben wir die Queen of Hearts. Den Hutmacher. Jetzt Königin. Was haben wir hier? Erkenne ich gar nicht diesen Drachen. Zuerst das wäre die Raupe. Dann haben wir Alice. Und hier haben wir die... Cheshire Cat. Ja. Sehr cool. Dann haben wir hier... Einzelne... Ähm... Figuren. Ich seh grad. Die sehen, glaub ich... Alle ähnlich aus. So rum wahrscheinlich. Und... Ähm... Ich weiß nicht, ob man die noch bekleben muss. Oder ob die so aussehen. Upsa. Ja genau. Schmeiß raus. Dann haben wir das gleiche hier in... Ähm... Lila. Das sieht aus wie eine Teekanne. Dann haben wir hier... Ähnliche... Goblins. In einem... Schönen Grün. Die pinke Mietze Katze. Die ist so süß. Die hole ich jetzt einfach mal raus. Ähm... Könnt ihr auch mal in den Kommentaren schreiben. Soll ich aus so Zip-Beutel... Immer die Sachen rausholen. Ich mein, wenn es so Tokens sind. Ähm... Natürlich interessant, ob ihr das halt... Ohne Spiegelung der Tüte sehen wollt. Hier... Ich hab ja schon gedacht, das wäre der Eiffelturm mit einer Kugel oben drauf. Aber das ist irgendwie so ein... Keine Ahnung. Ja. Dann haben wir hier... Schwarze... Kristalle. Die man ja immer irgendwie findet. In... Einigen Spielen. So die Form. Hier. Okay. Die sehen auch cool aus. Auch wenn sie durchsichtig sind. Da schaue ich doch trotzdem mal rein. Ja. Cool, ne? So eisig sieht die aus. Sehr schön gemacht. Ja. Hier natürlich Spielertokens in den typischen vier Farben. Standies haben wir hier. So. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich schicke die mal hier weg. Mal nach hinten. So. Und jetzt machen wir das hier mal weg. Oha. Sehr schöne Miniaturen sehe ich hier gerade. Ähm. Die sind die alle gleich. Die sind hier durcheinander gehüpft. Oder gehört das so? Ne, gehört nicht so. So. Was haben wir hier? Die Teekanne. Ja. Wie ich es vorhin gesagt habe. Die Teekanne. Sehr cool. Dann haben wir hier. Ja. Das Insider erinnert mich schon typisch an. Ähm. So wie bei Grimms Wälder. So ein bisschen. Auch sehr schön. Dann haben wir hier. Diese Türme. Und es sieht so aus, als könnte man was oben drauf machen. Ähm. Das hier haben wir. Sehr cool. Das ist zu weit. Nicht, dass das unscharf wird für euch. Ähm. Genau. Sehr schön. Dann. Grün fehlt noch. Erstmal wieder rein. Zack und zack. Das Haus. Das sieht aber auch irgendwie cool aus. Sehr. Gruselig. Ja. Sehr schönes Material. Sehr deluxe. Sehr hochwertig finde ich. Jetzt machen wir das mal. Den Deckel hier ab. So. Da haben wir dann noch andere. Figuren drin. Oh. Schön. Ein. Fühlen sich relativ. Also leicht an. Aber doch eine gewisse. Ein gewisses Gewicht. Ein schönes Pferd. Dann haben wir hier die Herzkönigin. Das sieht ja. Cool aus mit dem Kleid. So. Das ist ja auch ein sehr aufwändiges. Ach das ist ja. Das sind die Hauptcharaktere. Vermutlich. Da ist die Raupe. Die ich meinte. Diese Raupe des. Ähm. Ähm. Äh. Was wollte ich denn sagen. Ähm. Shisha Bar. Raupe. So. Sehr cool. Ist das der. Das Ei. Ne. Da ist das Ei. Herrlich. So ein paar Charaktere von Alice fallen mir noch ein. Aber. Nicht alle. Mhm. Wunderbar. Ja. Ich weiß nicht. Ich kann jetzt hier mal so die ganzen Figuren durchgehen. dass man hier sie so ein bisschen näher sieht. Ja. Sehr schön. Sieht auf jeden Fall sehr sehr cool aus. Jetzt darf natürlich. Ja. Der Hase. Hier. Ne. Er hat keine Zeit. Dann haben wir hier. Excalibur. Ähm. Ja. Und hier Alice. Vermutlich. Mit Schild. Ne. Doch. Schild und Schwert. Ist ja schließlich Wonderland War. Und kein hier. Vergnügung. Äh. Ausflug. So. Was hier weiter drunter ist. Aha. Uh. Was ist denn das? A Tale for Tea Time. Okay. Da können wir mal. Reinschauen. Beziehungsweise. Oh. Das klebt ja noch alles zusammen. Aha. Sehr schön. Da ist wahrscheinlich die ganze. Geschichte. Das hat zumindest nichts mit dem Spiel zu tun. Weil da nur Text ist. Thank you for all the fans and supporters to help wonderlands more possible. Little dash of madness. Ja. A Tale for Tea Time. Ähm. Sehr cool. Eigentlich. Ja. Dann was ist das hier? Ein Proster vielleicht. Das fühlt sich zumindest. Ne. Das. Ne. Wapapap. Auch irgendwelche Artworks drin vermutlich. Schauen wir mal rein. Oha. Hochwertige Artworks auf jeden Fall. Da haben wir einmal Madness. Okay. Ja. Muss ich mal Quent fragen. Wo wir die aufhängen können. Ja. Design technisch. Also. Sehr sehr cool. Braucht man halt nicht unbedingt. Aber okay. Wahrscheinlich Deluxe Edition. Und eben deswegen auch dabei. So. Jetzt kommt das Interessante. Ne. Das Board. Leicht schon abgewuselt. Wie klappt sich das denn auf? Ist das so riesig? Ja. Alter. Falter. Okay. Mhm. Hier rein. So. Ja. Ich würde sagen. Ein Table Hogger. Hier. Ne. So wie es so schön heißt. So. Jetzt sehen wir hier auf jeden Fall den. Moment. Vielleicht mache ich das doch weg. Äh. Dann stellen wir es mal da hin. Genau. Ich schmeiße erstmal alle Tokens runter. Hier sieht man das riesige, gigantische Alice Board. Das kann ich sogar noch ein bisschen hoch schieben. Dann sieht man tatsächlich fast alles. Also hier unten ist nur die, die Zählleiste. Meadow of Living Flowers. Pool of Tears. Okay. Red Keep. Wizened. Und hier in der Mitte. Aha. Da sind die Spielerfiguren. Okay. Ich bin gespannt. Wie das Ganze. Äh. Äh. Sein wird. So. Bauen wir das mal wieder. Äh. So schnell habe ich noch nie ein Board zusammengeklappt. Wenn man weiß wie es geht. Sehr schön wieder hier am Rand die Einsparung. Dass man hier das Zeug auch rausholen kann. Jetzt sehen wir hier schon mal das Spieler Board. Die sind halt so diese typische laberige aber trotzdem gute Qualität. Ähm. Hier sehen wir Wicked Smile Leader Strength. Okay. Auf der Rückseite ist das ähm und endlich Active Chips. Und hier das gleiche. Was ist da anders? Die Symbole hier seitlich sind ein bisschen anders sehe ich. Okay. Dann haben wir hier. Den hier. Dann Jabberwock. Stimmt. Jabberwock. Ja. Der war das. So. Sieht der aus. Dann haben wir hier. Queen of Hearts. Die da Strength. Okay. Painted Red. Ah. Moment mal. Das könnte. Das ist 2 bis 5. Kein Solo-Modus. Zumindest nicht auf der Schachtel. Smile Party. Smile Party ist gleich. Der Mad Hatter. Ich mag ja diese Farbe irgendwie. Und Alice natürlich. Nicht zu vergessen. Alice's Rebellion. Steht hier drauf. Oh. Ich kann ein bisschen tiefer kommen. Ähm. Sehr gut. Ja. Die Seite noch. Wunderbar. So. Hier gibt es auch noch Platz für Chips & Stuff. Da sind ähm. Dings drin. Ich glaube da unten gibt es nichts mehr. Aber jetzt gibt es noch Karten. Ja. Jede Menge. Karten. Die ich euch zeigen muss. Oder will. Ups. Ja. Genau. Schmeißt die Karten weg. Und machst es schon mal kaputt. Dann haben wir hier einen Würfel. 1 bis 3. Ähm. Okay. Nice. Und hier sind auch noch Karten. Große Karten. Und jetzt ist das Ding auch ein bisschen leichter. Dann können wir mal kurz über den Boden schauen. Oh. Da ist ja auch noch was. Ha. Alter Verwalter. Ja. Kommt mir gar nicht mehr raus aus dem Ganzen hier. Ah. Okay. Das sind die Tokens, die ich dann wahrscheinlich an Plastik Dingsbums habe. Waging War. End of Battle. End of War Phase. Und die Rückseite zeigt uns ähm. Folgendes. Tea Party. Und Iconography. Ja. Okay. Sehr gut. Ja. Hier haben wir ähm. Tokens. Das sind die, die ich dann ins. Ah. Hm. Doch. Ja. ins Spiel rein machen. Weil die ja dafür auch vorgesehen sind. Und wenn ich dann natürlich die Deluxe Variante spielen möchte. Was wahrscheinlich auch passieren wird. Nehme ich natürlich die Plastik Chips. Das mal hier an. Upsa. Na. Will schon rausfallen. Aber du kannst ja mal eins rausholen. Ähm. Dicke ist gut eigentlich. Ja. Das ist. Top Material. Also Material hier. Kann man nichts meckern. Die Kiste ist randvoll mit Zeug. Ja. Ähm. Ach. Sieh mal einer. Guck. Wenn ich die Minis nicht benutzen möchte. Die sehen aber auch cool aus. Die Standies. Muss ich sagen. Hat was. Hat was. Sieht cool aus. Genau. So. Ja. Jetzt würde ich sagen. Mach ich einen kleinen Cut. Und dann gehen wir in die Detailcam. Ja. Dann würde ich doch mal sagen. Kommen wir von klein nach groß. Das heißt. Wir haben hier. Die kleinen Karten. Da sehe ich immer. Dass die Symbole hier zum Beispiel. Doppelt abgebildet sind. Das ist auf jeden Fall. Grüner Spieler. Ähm. Mal gucken ob die. Ah. Place a weak. Allied ship from the supply. Onto your forge. Track. Okay. Das heißt. Man sieht hier immer. Ähm. Oben irgendwelche. Ob das vielleicht die Kosten sind. Oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall sind die sehr. Ja. Symbolisch. Kein Text. Außer jetzt auf diesen hier. Ähm. Wunderbar. Dann hier so graue Karten. Das war das grüne Deck. Das blaue Deck. wird wahrscheinlich. Ja. Ich glaube das sieht ähnlich aus. Ja. War das auch so Doppelte. Weiß gar nicht. Ja. Also. Wobei. Da habe ich jetzt keinen Text gesehen. Oder kam der später. Ja. Ja. Die sehen schon ein bisschen anders aus. Glaube ich. Mein Gedächtnis ist heute so super. Ne. Ich meine. Weil jetzt haben wir auch noch keinen Text gesehen. Also. Die haben wahrscheinlich dann schon unterschiedliche Sachen. wobei ich jetzt nur drei Farben hier sehe. Aber es gibt noch so viele. Aber es gibt noch drei Stapel an kleinen Karten. Wir schauen mal. Mhm. Also der Anfang ist immer irgendwie gleich mit den Doppeldingern. Ja. Und dann glaube ich verändert sich das Zeug hier. Ah. Guck mal. Drei. Ja. Das waren jetzt Einser. Das sind. Zweier Einser. Und das sind Dreier Karten. Okay. Die haben nichts mit den Spielerfarben zu tun. Sondern die sind wohl der Reihe nach. Und werden dann stärker. Das heißt wir haben jetzt leider die falsche Reihenfolge ausgesucht. Da war ich wohl nicht achtsam. Aber das macht ja nichts. Ist ja nur um das Material euch so ein bisschen zu zeigen. Place a weak ally chip from the supply onto your forge track. Das kennen wir ja schon mittlerweile. So. Das waren jetzt die Eins, Zwei, Dreier Karten. Jetzt schauen wir uns mal die Karten hier an. Und das ist jetzt Wager. Alice. Aha. Moment. Das machen wir folgendermaßen. Wir haben hier Questkarten. Und wir haben hier. Das sind alles Wager Karten. Von den jeweiligen Charakteren. Da würde ich so sagen. Schauen wir uns nochmal die Questkarten hier an. Ah ne. Die Questkarten kommen auch hier drüben. Das heißt. Ich fange einfach hier an. Das heißt. Ah. Wager. Da werden wir. Okay. Verstehe. Einfach nur die Charakterkarten sehen. Das heißt. Wager. Okay. Und jetzt kommen wir hier zu den. Das machen wir aus dem Bild. Zack. Das sind jetzt die Questkarten, die wir hier gerade eben schon gesehen haben. Be yourself. Feed. Endgame. Objektiv. Okay. Feed. Und Objektiv. Objektiv. Wollte ich sagen. Bonus. Sehr schön. Das sind alles. Äh. Quests. Champion of the Wonderland. Best Intentions Award. Die sind auch unterschiedlich farbig hier oben. Ah. Warte mal. Das könnte auch vielleicht charakterabhängig sein. Weil das jetzt der Jabberwook war. Weiß ich nicht. Werde ich sehen. Da ist er auch nochmal oben. Vielleicht ist es auch nur normales Artwork. Endgame. Und. Army. Wunderbar. Das waren jetzt die normal großen Karten. Und jetzt kommen die hier mit rein. Das heißt, das sind jetzt die. Tarotgröße Karten würde ich jetzt mal fast behaupten. HLI. Das sind Reference Cards. A, B, C, D. Das wird gleich sein, denke ich mal. Ja. Dass jeder Spieler eine hat. Ja. Ja. Und jetzt sehen wir hier. Forge. Was sind das für welche? A-Karten. Card Soldiers. Ja. Okay. Die sehen ja cool aus. Vor allem sind die Karten auch relativ. Ähm. Ja. Das finde ich schön, dass sie so groß sind. Ist natürlich das Artwork groß. Aber auch das, was drauf steht. Kann man gut erkennen. So. Jetzt machen wir hier. Ähm. Zack. Hier. Zack. Jetzt haben wir das hier noch. Und das hier. Wunderbar. Und hier nochmal. Ja. Schön. Wundervoll. sehr creepy creatures. Alles noch mit dem gleichen Hintergrund. Aber hier oben sehe ich A, B, C, D. Wunderbar. Hier nochmal einen Stapel. Und nochmal eine. Ähm. Was ist es? Nochmal eine. Äh. Reference Card. T-Party Turn. T-Party Turn. Jetzt haben wir hier T-Party Turn. Und die War Phase. Okay. Ja. Das ist ein Spiel, da muss man wahrscheinlich auf einiges achten. Ähm. Hoffentlich ist die Anleitung auch gut. White Rabbit. Auch wieder. Eine. Eine. Karte mit. Okay. Der Knave of Hearts. Griffin. Ja. Das sind jetzt die ganzen Minis, die wir vorhin gesehen haben. Walrus. Carpenter. Humpty Dumpty. Ja. Genau. So hieß er. Der Marsh Head. Tweedles. Ach. Tweedledim. Tweedledum. Ja. Tweedledi. Tweedledum. Tweedledum. Hier sind sie doch. Sehr gut. Stimmt. Habe ich nicht erkannt. Aber kenne ich natürlich. The Hammer of the Carpenter. Okay. Tweedle Bouty. Bouty Bouty gleich. Humpty's Glove. Glove. Walrus Monocle. Und Watch of the Rabbit. Und hier haben wir den March Harris Biscuit. Und den Paterpillar. So. Ja. Ich habe noch mal ein wenig rausgesucht und habe jetzt mal diese Tüte hier ausgeschüttet. Und ich würde sagen. Ja. Die sehen ja alle fantastisch aus. Also wir haben ja die Chips schon gesehen. Wie die aussehen eben in Dingsform. Aber hier. Wow. Okay. Das ist schon cool. Das ist. Das gibt es ja auch die Geekbits für Quacks of Quedlinburg. Also die Quacksalbe von Quedlinburg. Gibt es ja auch solche. Solche. Ähm. Ja. Solche Höhlen eben. So wie die hier. Wo man dann die. Die Bits sozusagen reinstecken kann. Damit man eine bessere Griffigkeit hat. Wenn man sie aus dem Sack zieht. Und die dadurch natürlich auch länger halten. Aber die hier sind bedruckt glaube ich. Also eine wirklich geile Qualität. So. Als letzte Einheit habe ich natürlich jetzt hier mal die ganzen Chips ausgeschüttet. Und werde jetzt hier diese Box hier auffüllen. Das Problem ist. Das muss man zweihändig machen. Und da werde ich jetzt mal anfangen. Hier die Farben zu suchen. Und das Zeug hier so rein zu machen. Wie das hier abgebildet ist. Ich kann ja mal hier so ein bisschen. Schon mal anfangen was einzusortieren. Ähm. Ja. Sieht auf jeden Fall cool aus. Aber da nehme ich euch jetzt nicht mit. Sondern zeige euch dann wie es am Schluss aussieht. So. Kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr dieses Ding einsortieren wollt. Solltet ihr es aus diesem. Aus dieser Box hier raus machen. Weil. Die dobst hier quasi hinten so ein bisschen an. Das heißt umknicken ist eher schlecht. Ähm. Aber dann fällt die Klappe halt immer zu. Deswegen ist es sinnvoll das rauszunehmen. Und das hier vielleicht so auf dem Tisch neben dran zu legen. Weil dann kann man es quasi. Also ihr seht schon. Das klappt schon wieder zu. Dann kann man es wohl besser rein machen. So. Jetzt gucke ich mal ob ich das hier hinkriege. Ohne. Dass mir der Deckel hier ständig runter fällt. Das ist auf jeden Fall. Keine leichte Sache. Ja. Fast gut. So. Man sollte es vielleicht zu zweit machen. Aber. Ich habe es geschafft. Schön einsortiert. Quasi. Die ganzen. Hier habe ich das auch nochmal geguckt. Dass hier die Einser zu sehen sind. Da kommen die Einser, die Dreier und so rein. Bei manchen ist es egal. Hier sind die. Also ebenso wie es hier aufgemalt ist. Passt jetzt hier alles. Und der Deckel kommt drauf. Ja. So. Ja. Nochmal rausgezoomt. Und das war es jetzt quasi das Unboxing. Kickstarter Unboxing. Bläh 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 Boxing. Von Wonderlands War. Ja. Deluxe Edition. Hier mit diesem Supermagnet. Ähm. Holder sozusagen. Für die Tokens. Und jetzt lasst doch gerne mal Daumen und Abo da. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Habt ihr das Spiel auch gebackt? Ist das schon bei euch angekommen? Habt ihr die normale Version? Habt ihr es schon gespielt vielleicht? Ähm. Wobei das wäre vielleicht ein bisschen zu schnell. Aber. Ähm. Schreibt es auf jeden Fall drunter. Vor allem wenn ihr es gespielt habt. Wie ihr es findet. Und. Weil es ist hier schon ein Mordsbrocken. Auch von der Schwierigkeit her. Wäre es interessant. Ähm. Wie euch das. Ähm. Ja. Gelegen hat. Sag ich jetzt mal. Und in diesem Sinne sage ich. Ciao Ciao. Bis zum nächsten Kickstarter Unboxing. Oder ein anderes Unboxing. Seid gespannt. Bis denne. Bye Bye.